Schütze die Technik die Technik die Technik und der andere hier hat auch Ahnung der geht auch immer gleich mit was komm Galaxies hab einen zwei drei Mann ist der schlecht äh der war neben boah bin ich ein schlechter Schütze ja bist du ey der ist ausgestiegen dann suche ihn aber mir wird total zeitversetzt angezeigt dass ich den getroffen habe und alles mögliche lecker am auf dem Ding naja eine 1600er ja das erklärt dann einiges ich habe 90 warum habe ich jetzt jetzt habe ich einmal eine gute Aufnahme und dann ist die Ping missauer ob es ist die Ping missauer war das ist 119 das geht 119 kann man spielen eine 1600er kann man nicht spielen überlegen wir sehen wie viele sekunden sind das 16 sekunden nein 1,6 1,6 hätte ich jetzt gesagt eine eine hundertstelle sekunde 16 hundertstelle sekunde hier sind alles 0,6 sekunden schon ein bisschen heftig da liegen ihm noch Minen das ist an die wo echt einsatzschild auf die Einheiten aufpassen schieß die Einheiten weg nun er macht die Einheiten weg und bist du die sind die Sänger der Zeit des Anni das ist die Einheiten dann der Schöner weißt du das ist so im Krieg dass man Ziele ändern muss ja da ist natürlich wieder ein paar Mann und ich habe eine 1200er Kinder musste ein bisschen langsamer machen das geht nicht mehr so rucki zucki das ist mehr so rucki zucki geht ja ich bin immer keine Sänger ich weiß das hätte ich uns geheilt jetzt ist er weg wow 69er Ping also ran an dem Feind was machst du warum hast du jetzt Fichte Zockt 2 mitgenommen warum nicht der ist wahrscheinlich auch froh wenn eine Base Cap'n darf wow 31 durch Base Einnahme Handy Base noch gar nicht ach so was Ausrüstung nach dieses Tages ich habe es nicht lösen können jeden Sonntag Event gemeinsames Zusammenspielen ab 19.30 Uhr also kommt das jetzt auch die Woche was ist das warum denn was auf was stopp 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 zurück zurück der will einer des Fahrlangsgeschützes reparieren ich bin weg wir haben ihn perfekt gesehen jetzt ist er weg fahr irgendjemand bearbeitet gerade wieder alle Rangdinger wir sind auf einmal alle Member Dark wieder Langeweile optimieren ich beginne mit den Reparationen aber weißt du das muss man jetzt natürlich in der Aufnahme ja ok Epic Epic Most Useless Circs ist es für die R und in sie meint er jetzt unseren Epic Killer oder nein ich meint das was er jetzt geschrieben hat aber wir gehen in den Campen der reine Bass hey man hast du gerade verschossen ja weil du dich ja natürlich noch bewegen hast müssen ja wir warte lass mich ausstehen ich mach den Tod gut ich kann damit halt ehren ich brauche damit auch noch Kills du bist ein Pisser ich bin ja ausgestiegen und auch 32 Kills damit noch und Rob Kills Motherfucker oh war das schön einen haste ja und umdrehen die anderen habe ich gut gedamaged und auch mal nein willst du nicht reparieren da läuft einer so ich hab ihn getroffen Problem ist die wissen jetzt dass sie kommen jetzt kannst du von mir was mal reparieren oh Gott der Meer war das schlecht ja fahr doch nicht zu 10 Kilometer weit weg wir müssen zurück Problem ist hinter uns ist die Technik das heißt dass sie jederzeit Geschütze die Technik die Technik die Technik und der andere hier hat auch Ahnung der geht auch immer gleich mit was reparieren Truppenführung ah so ich krieg Truppenführung weil ich zurück äh da oben ist ein Geschütz ja und du lass es Geschützen sein ja das wird uns ziemlich und ein Brawler der Buller macht mir mehr Sorgen ich bin für Abbrechen ich bin dafür dass du nicht unsere eigene Leute übernach mach ich nicht ich hab keinen einzigen von denen überhaupt Schaden gemacht ich bin nur dafür dass ich diesen ganzen Geschützen ausweichen muss und du schießen musst ich habe schon wieder so 800 meine Güte äh vor uns ist ein A-Verbündeter wurde mir jetzt noch nicht angezeigt hast du auch wieder so oh Mist also die Latenz ist ja wieder richtig prämiot oh fuck das war knapp Pol ist kein Flugzeug damit das war knapp vor allem nicht mit so einer Latenz das kannst du auch gar nicht probieren ja ich muss noch lagen guck mal wie das hast du wieder boah hab ich wieder eine 1200er das ist damit echt eine Sekunde länger das ist ja furchtbar da eine Völler-Section ach so ich mich sollte einen Wegpunkt setzen ne sagst du immer Wegpunkt kommst du nirgends wo rein da muss ich gucken aber das hier ist eine Technik eine Verstärker damit ist schon schwieriger ah ja äh ja ich fahre nur außenrum alter was machen die eigentlich dass die Server so schlechte Pings haben warum ich hab 100 1100 nein ich hab 100 ich habe 1100 gerne an dir kommst du nirgends rein ne irgendwo geht's schon aber ich wusste immer wo aber da drüber springen das glaub ich geht nicht da rechts links nö kommst du nirgends rein knapp ah jetzt sind wir wieder hier jo also lass mich mal vor ich gehe über die Mauer ich brauche n' Garner hier gegen die Brawler wird die von glaube ich immer noch Krieg haben naja aber die sind hinter der Mauer kommst du nicht dran guck mal ob du n' Rüssel nahe gesteckt kriegst eigentlich nicht dann stehe ich mal aus kannst du auch nicht aus äh durchschießen ja dann gehe ich mal ammo holen ja ah ne das da vorne ist ein ammo Sandi oder das ist eine Schildding ist gleich down und dritte hier ist ein ammo Sandi ich brauche gar keine ammo gehen holen gehen weil ich jetzt ist down das hier ja wenigen Sekunden boah alle die können mich töten und ich laufe noch weiter meine Güte wir haben dann zweieinhalb tausend Punkte ein Kill gemacht ja leckte ja so viel habe ich mit dem Überfahren geschafft 4 8 ach nö ich hab mir die Latenz so bleiben der da wird es auch was bringen das Spiel aber und ein Brawler kann das ist und explodiert ja alles weil wir jetzt leichte durchgegangen sind und die Dinger weggemacht haben die Brawlers obwohl ich der Brawler hier möchte mich sehen wir capturen C und D also wir capturen alle Punkte ich habe kein Assists gekriegt für den Boa oder eben ja haben noch mitgenommen meine Güte oh wir werden hier wieder abgecaptured wir verlieren von hinten kommen sie ja das wir hier von hinten auf die Fresse bekommen so aber ich würde sagen wir machen noch 5 Minuten dann ist eh die Aufnahmen beendet und dann ich muss hier noch weiter wachen ich muss hier noch rendern und alles und ich habe einen Lightning weggeholt im Alleingang im Harasser ja bist du männlich ja bin ich ich hab brauch dafür nicht meinen Schützen um welche wegzuholen geschweige denn Fahrer das sind sie aber Noob Gegner ne halt doch wenn sie sich ja nicht töten dort seid also ich hab gebrannt aber trotzdem während der Fahrt ins Geschütz dann wieder in dem Fahrerkabine und weiterfahren was ist daran nützer Noobhaft wenn ich damit jemanden weghol ich habe heute morgen auch einen Brand gehabt und was für einen aber das ist ein anderes Thema Alter ist ein Autogeschütz der Firma B und C noch der Firma B und C noch ab armen vol persones die sch cm それで wichtig intelligent Folk ok durch O Ich verarsch jetzt, ein Brawl ist richtig mies. Alter, wo werdet ihr beschossen? Ich will auch kämpfen. Mann! Mann! Sanu! Ich verrasch jetzt! Einmal drei Mal hintereinander vom gleichen getötet worden. Aber guck mal, was wir alles in den Weg genommen haben, was jetzt keine Verbindung mehr hat zum Haupt-Bio-Lab... ... äh, Haupt-Stützpunkt. Haupt-Bio-Labor. Ja. Jetzt kriegen sie für diese Gebiete doch keine Ressourcen mehr, gell? Doch. Ich nehme mich keine Ressourcen pro Gebiet mehr, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Also, falls dir das noch nicht aufgefallen ist, kriegst du immer 50. Pro Minute. Ach so. Gut. Ja, das ist aber dumm. Aber mein HW hat es bis jetzt gemacht und ist jetzt draufgegangen. Aber für das, dass ich die komplette Zeit Fahrer war und jetzt mit einer 1,3er KD rausgehe, finde ich das ziemlich cool. Ich habe 0,45, 45, 45. Ja, und du warst der Schütze. Ja, schlechter Fahrer. Ich war der Fahrer. Schlechter Fahrer. Aha, schlechter Fahrer. Der Fahrer, der mehr Kills, macht wieder Schütze. Sandy in der Hood und Browler in der Hood. Ja, ich stelle zuerst einmal die Generatorien wieder auf, dann bleiben die auch in der Hood. Wünsche ich ihnen viel Spaß, wenn sie in der Hood sind. Ne, sie sind wieder draußen, aber da draußen ist noch ein Geschützturm. Oh, jetzt ist der Brawler reingekommen. Jo. Jo, ich will den Brawler noch haben. Ich will den Brawler noch haben. Was ist dann? Feierabend. Feierabend. Du Idiot, das rennt doch nicht in mein... Aber heute ist noch nicht alle Tage. Ne, wir haben noch. Keine Frage. Jetzt habe ich noch den eigenen... Ei, ohne bin ich natürlich getötet. Boah, nee. Ey, Foto. Mat. Du bist dort. Wie schlecht war das denn bitte? Okay. Du idioma, du idioma. Scheiße. Geh mal wieder auf den ihren... Ah, komm, der hat wieder Einsatzschild. Diese Pizzer mit Einsatzschild. Jo, aber dann, sagen wir, also sind wir raus für heute. Nein, 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 ich muss hier überleben. Ich auf jeden Fall bin raus für heute. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession. Hoffentlich ist Markus wieder dabei. Heute waren wir zu zweit. Wir steigern uns jedes Mal. Und... Jo, hoffe, es hat Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt wieder eine 512 habe. Boah, hässlich. Aber... Ja, ich wollte heute einfach nichts sein mit der Scheiß-Latenz. Das lag nur an deinen Schützen-Skills. Nein, das lag an meiner Latenz. Die war miserabel. Du bist immer so miserabel. Und wer führt? Niz D. Warum werden wir verlieren? Nö, eben. Weil wir NC sind. Nein, weil wir am Anfang führen, sondern wir am Anfang führen verlieren. Was sind das, wenn du loben? Das ist ja immer gestimmt, wenn ich mitgespielt habe. Ja, es liegt an dir. Nein, weil wir am Anfang hinten lagen und ich habe mitgespielt haben. Es ist meistens in Unentschieden oder sogar noch fast in einem Sieg oder Sieggeschaft. Du, 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 du. Ja, ja. Hättest du wohl gerne. Hättest du wohl gerne. Ich habe wieder bestimmt eine Latenz von Schieß-Micht-Tot. Oh, ich fliege. Wo sind denn die? Den Sani habe ich doch schon. Ja, da war noch eben noch alles vor. Na egal. Wir sind raus und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, servus. Gut, gut, gut. Wett, wett. Wett, wett. Wett.